Bald schon die Faust, warum auch immer. 16 für Nico. Daniel freut sich irgendwie. Warum? Ich glaube, Katja sitzt in ihrem Element. Da ist ja wirklich alles dabei, also in der zweiten Kategorie. Die ähneln sich alle in der Hinsicht, dass sie einmal aufhüpfen und dann hinten die Platte runterholen. Ja, noch 20 Sekunden, komm. Darf ich die Schale werden? Du darfst auch.